Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D Land 4.5 Damit fangen wir heute an. Ah, so eine Klapp-Plattform-Geschichte, ne? Natürlich! Safe ist vorstetlich. So. Ja, schauen wir mal, ob der Level schwer ist. Normalerweise sind die immer so ein bisschen tricky, die Stages. Achso, ah! Ich bin der Münze hier hinterherlaufen. Ja, normalerweise sind die immer so ein bisschen tricky, aber der geht jetzt das erste Mal noch. Oh, 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 oh! Nein! Oh, ich schaff's einfach nicht, auf den draufzuspringen. Oh, jetzt aber! Ui, ui, ui! Das war aber knapp. Leute, 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 Leute! Wer nur Mini-Mario! Hab ich noch irgendwas im Inventar? Ne. Hm. Na komm, gehen wir mal in die Rätselbox. Ja, ho, oh! Eine Münze! Achso! Oh, hier sind ganz viele Münzen, oder? Nice! Oh, wie schlecht! Sehr schön! Der hat so eine Piepsstimme, der, der, äh, kleine Mario. Ja, was ist denn los? Wieso sind denn hier keine Starcoins? Ich dachte, mal so eine Starcoin. Wäre doch jetzt langsam auch mal drin, oder nicht? Moment, ich höre irgendwas. Ah, da vorne! Wollte gerade sagen, ich höre dieses Glitzergeräusch schon wieder. Ach, so ein Tanuki-Blatt oder so wäre ganz geil. Wieso kriege ich hier kein Tanuki-Blatt? Nee, kein Tanuki-Blatt. Ah, Mittelstäbchen, damit kann ich auch leben. Sehr schön! Okidoki. So, was haben wir hier? Klapp, 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 klapp! Biene! Da vorne, hier zwei drauf. Ach, jetzt hier mit Hindernissen noch, oder was? Achso, ah, okay! Wesens klappt sich das Ganze jetzt zu so einer Fläche auf. Ah, Tanuki-Blatt! Das kann doch nicht wahr sein. Okay, erstmal hier drauf. Zwischenstation. Hey, da vorne ist eine Starcoin! Äh, okay, das Problem ist, die Plattform fährt da genau durch. Boah, kein Plan! Ich versuche mal da so drüber zu springen. Ah, nice! Ja, keine Ahnung, ob man das jetzt so hätte machen sollen. Weiß ich nicht. Hauptsache, es funktioniert! Boosh, weg mit dir, Junge! Jo! Boah, da geht's auch nochmal weiter. Ach, direkt die Ne... Ach, das waren schon alles Starcoins! Ja gut, die waren jetzt aber nicht so ganz krass hier versteckt. Ja, ein bisschen mehr Zeit noch, okay. Joa, also so schlimm war der Level jetzt tatsächlich nicht. Denn das müsste es jetzt ja auch langsam gewesen sein. Ja, ja, ich hab' schon gedacht. Ja, wenn man alle drei Starcoins hat, dann... Ist man logischerweise auch schon in... ...der Nähe des Level-Endes. Und tatsächlich! 100 Prozent! Ja, eine der... ...vielleicht sogar leichtesten Level... ...des gesamten Spiels bis jetzt. Sehr nice! Und damit sind wir bei... ...vier Schiff! Letztes Mal hatten wir drei Schiff, diesmal vier Schiff. Hauptsache Schiffe. Okidoki! So, was machen wir denn jetzt hier? Och ne, ach so ne... Oh nein! ...das mit so Plattformen. Ach, ich hase das. Hoffentlich sind die Starcoins hier nicht so... ...mies versteckt. Boah, ey, dieses Schiff-Level, ne? Die sind schon relativ... ...crazy. Ah, Starcoin! Ok, 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 ok. Hauptsache wir leben noch. Äh, ja... Starcoin, 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 Starcoin. Eine fehlt uns nur noch. Das ist jetzt natürlich äußerst ärgerlich. Ey, Moment, da vorne ist ein Starcoin! Boah, was für ein mieser Level! Alter Schiff, war das knapp, ey! Boah, war das close! Okay, geht aber klar trotzdem. Nee, aber war wirklich ziemlich knapp, ne? Bin dann schon fast runtergeflogen. Okidoki. Na, wer ist diesmal der Bossgegner? Pam, pam diesmal? Weibliche Variante? Ja, klar, okay. Macht ja auch Sinn. Die müsste sich ja jetzt klonen, oder? Die dreht sich nicht, die klont sich. Jedenfalls in den meisten Mario-Spielen, so. Oder macht die jetzt was ganz anderes? Nö, die wirft nur mit dem... Okay, die wirft nur mit dem Boomerang anscheinend. Ja, trotzdem ganz nett, dass Boom Boom jetzt nicht schon wieder der Boss ist hier. Nice, und das war's. Easy, GG. Ja, man spielt zu der Fahnenstange, wäre auch noch ganz nett. Na, schau mal einer an. So. Sehr schön. Wieder ein Level. Perfekt beendet. Ja, wie schon gesagt, jedenfalls mit Mario, mit Luigi muss ich die ganzen Sachen offscreen ja noch nachholen, wenn wir den irgendwann mal freischalten. Betonung auf irgendwann mal. Das könnte noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Wird wahrscheinlich eher gegen Ende irgendwann sein, schätze ich. So, das war's auch schon mit Welt 4, Leute. Welt 4 haben wir schon durch. Nice. Wieder so'n schönes Foto bekommen. Okay. Oh, Wüstenthema. 5-1. Sieht so'n bisschen Canyon-mäßig aus. Ah. Ach, wie cool. Jetzt darf ich selber Boomerang schmeißen. Hehehe. Nice. Cool. Können wir die ganzen Spikies hier kaputt machen. Ja, komm, geh kaputt. Boah, das dauert aber ganz schön lange damit. Ja. Oh, ne Lücke. Mut zur Lücke. Aha. Ah, da oben glänzt doch etwas. Das wird höchstwahrscheinlich die nächste Starcoin sein. Das heißt, die nächste, die erste. Also die nächste insgesamt, aber die erste hier in dieser Stage. Ja. Gucken wir mal. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass wir jetzt auch so'ne, so'ne Bungelrang-Pflanze hier abbekommen haben. Äh, wir gehen aber trotzdem nochmal zurück. Nicht, dass es hier irgendwie noch was Wichtiges gibt oder so. Ne, ne, ne zweite nehm ich aber nicht. Okay, haben wir glaube ich nichts verpasst. Ne zweite nehm ich nicht. Ich will noch ein, ähm, ein so'n Tanuki-Blätter im Inventar behalten. Hm. Denn wie ihr wisst, diese Tanuki-Blätter, die sind wirklich, ja, die sind schon ziemlich, ziemlich nützlich. Oh, B-Block. Nice, ein Leben. Hätte zwar lieber eine Starcoin bekommen, aber ist auch okay. So, oh, was ist das denn hier? Ah, nein, das bewegt sich. Wieso? Hui. War jetzt aber auch nicht so schlimm. Alles, alles in diesem Spiel hat Tanuki-Schwänzchen. Erstmal oben drauf. Haha. Ha, sehr schön. Es ist so ein beliebtes Versteck, ne? Oh, nein. Ach, diese Untergrundteile da. Ne, die will ich nicht bekämpfen. Ach, hier geht's auch noch rein. Ach so, das geht da drin noch weiter. Ah, jo. Nice. Geht's? Ho, ho, ho. War das knapp. Jo. Passiert hier noch was? Oder muss ich einfach nur warten? Kommen jetzt hier so Gegnerwellen oder so? Ja, ist so ähnlich. Kann man auch nicht abwerfen, die Kugeln. Also diese Eisenkugeln. Ach, nein. Gibt es noch jemanden, der das immer macht, wenn man nichts zu tun hat? Immer wenn ich in Mario spiele, nichts zu tun habe, duke ich mich die ganze Zeit. Juhu, ohne getroffen zu werden. Und noch ne Starcoin. Na komm, futtert mich. Ha, schafft ihr nämlich gar nicht. Oh, Leute, 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 Leute. So, was ist jetzt hier langsamer? Ich will nach oben. Oh, jetzt kommt hier so ne fette Kugel auch noch. Oh, ich hab's geschafft, ich kann's nicht glauben. Nice. Was, ne Kanone auch noch. Ja, und jetzt? Achso. Reiche ich damit die Spitze? Ja, sauber, Leute. So leicht haben wir noch nie ein Knubbelchen erreicht. Ah, sehr schön. Und somit beenden wir also den ersten Level als Boomerang Mario. Boome, Boomario. Boome Mario. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool, das Thema hier von der Welt. Also, ähm, sagt mir durchaus zu. Berühre die W-Schaltflächen auf dem Taschstil, um zu bereits besuchten Welten zu reisen. Brauchen wir aktuell nicht. Was wir aber brauchen, ist etwas Motivation. 4, 5, 2. Let's go. Let's go. Ach, ein Level von oben. Wie witzig. Es ist ja lustig. Krass. Nein, aha, jetzt habe ich meinen Tanukis-Jud verloren. Egal. Ach, wie cool. Ey, von oben. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zelda-Level, finde ich. So wie bei Link's Awakening. So einzelne Räume. Wenn man durchlaufen muss. Ach, das gefällt mir aber gut. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, ey, das ist wieder so kreativ, ne? Mega, die coole Idee. Oh, grüner Weg. Gehen wir erstmal den oberen lang, ne? Ah, bitte Stäbchen! Oder geht's hier weiter? Oh, ist das toll, ey. Das ist ja mega cool. Okay. Neuer, bester Level des Spiels, würde ich sagen. Das ist schon, das ist schon ziemlich schön gemacht hier. Äh, ich will mal die eben, die anderen Wege noch abklopfen. Beziehungsweise den hier. Oh. Ja, und jetzt? Ach so. Da muss ich ja alles anzupfen. Ach, das ist sogar Zelda-Musik. Ach, dann soll das, dann soll das sogar eine Anspielung sein. Ah, okay, dann haben die das, dann haben die das wirklich extra so gemacht. Also das soll, das soll auch an einen, an einen Zelda-Level erinnern anscheinend. Sonst würde die Melodie ja nicht kommen. Ach, wie cool. Das finde ich ja, ja, okay. Das ist definitiv der neue beste Level des Spiels hier. Boah, der wird ja richtig schlecht, wenn man hier, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man hier runterguckt. Boah. Wobei mit 3D angeschaltet sieht das wahrscheinlich noch besser aus sogar. So. Boah, vor allen Dingen Vollspeed hier, die Dinger. Hilfe! Oh, nö. Ich sehe mich schon sterben. Ja. Na, schau mal einer an. Eine fehlt uns noch. Boah, ist der Level cool. Ey, der sieht mega, mega geil aus. Tja. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ne, irgendwie nicht. Wahrscheinlich einfach nur, um ein bisschen hier so die Grafik zu zeigen. Ein bisschen mit der Grafik anzugeben. Diese, diese Flammeffekte. So. Na komm schon, jetzt überleben wir. Hauptsache, wir sind jetzt nicht an der Starcoin vorbeigelaufen. Boah, ey, ey, das bin ich in Ruhe. Ach, ihr Mist, Tücher. Nee. Hauptsache, am Ende werde ich jetzt noch getroffen. Habe ich jetzt, habe ich jetzt echt eine Starcoin verpasst hier irgendwo? Boah, da ist hier draußen noch eine. Boah, Leute, ich habe irgendwo eine verpasst. Krass, ich habe irgendwo eine Starcoin verpasst. Nein, ich habe eine Starcoin verpasst. Ach, das ist ja blöd. Okay. Ja, dann müssen wir den Level nochmal spielen. Okay, müssten wir sowieso nochmal wegen... der nicht erreichten Spitze. Okay, aber irgendwo ist hier noch eine Starcoin versteckt. Hm. Ist ja selten, dass wir mal eine Starcoin verpassen. Naja. Okay, dann würde ich sagen, schneide ich jetzt einfach mal zu der Stelle mit der Starcoin. So, das Rätselslösung liegt hier vorne. Hier ist die erste Starcoin. Also bei diesem komischen kleinen Karussell liegen sie hier in der Nähe. Jo, und jetzt holen wir uns noch die Spitze der Fahnenstange. So, zumindest im Außenbereich bin ich schon mal. Jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir da oben auch drankommen. Und, nein, schon wieder nicht geschafft. Ah, Versuch Nummer 2 hat auch nicht geklappt. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Ah, vielleicht muss ich mir mal eben einen Tanuki-Suit holen dafür, damit ich das nochmal hinbekomme. Okay, ja, dann probieren wir es einfach nochmal. So, nächster Versuch. Diesmal mit Tanuki-Suit. Müsste ja jetzt funktionieren eigentlich. Na, schau an. Doch noch die goldene Flagge, beziehungsweise die Spitze hier erreicht. Sehr schön, Level geschafft. Naja, bei irgendeinem Versuch wird es schon immer klappen. So. Dann können wir jetzt ein Level hier vorne freischalten. Vergiss nicht, eine Pause einzulegen. Ja, ja, ich weiß. 40 bräuchten wir nur, wir haben 75. Oh, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Na dann, los geht's. 5-3. Ja, let's go, wie wir aussagen. Wir schaffen den Level, da mach ich mir gar keine Sorgen. Äh, ja. Vielleicht mach ich mir doch leichte Sorgen. Aber nur ganz leichte. Was ist das denn? Jetzt schwingen sich die Plattformen hier schon. Tja, soll ich die jetzt mitnehmen? Ich nehm' ich mal mit. Ich wechsel aber trotzdem auf den Tanuki-Suit. So, ah, okay. Sollen wir hier zwischen den Plattformen hin und her wechseln, oder was? Ah, okay. Mach ich, mach ich, mach ich. Hört ihr mal auf, mich abzuballern? Ist mal gut jetzt hier. Richtig frech. Tada! Ich bin aber schon wieder misstrauisch, weil ich noch keine Starcoin gekriegt hab. Normalerweise kriegt man die erste immer schon so relativ nah am Levelanfang. Boah, hier ist ein Safepoint und ich hab noch keine Starcoin. Never. Ich bin irgendwo an einer vorbeigelaufen. Wir müssen mal ganz kurz auf den unteren Bildschirm gucken. Auf den unteren Bildschirm gucken. So. Ne, es war die erste. Pazelle, es war die erste Starcoin. Okay. Hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Wo schwingt das jetzt hin? Oh, jetzt schwingt das auch noch nach hinten. Ach so, das bewegt sich hier im Kreis oder was? Oh! Ach, Bonusgebiet. Und da vorne ist noch eine Starcoin. Also eine hab ich auf jeden Fall jetzt hinten gesehen. Und ich denke mal, die zweite ist hier oben. Äh, weiß ich ja zumindest schon mal, wo alle Starcoins sind. Dann wird der Level hier ja vielleicht ein sehr erfolgreiches, ja? Nice! So, und da vorne geht's weiter. Und wie schon gerade, ich hatte da vorne auch eine Starcoin gesehen. Irgendwo links eher. Ah, da vorne ist sie. Ach so, jetzt muss man hier wieder nach oben aufholen. Alter Schwede, ey. Ich bin ganz außer Atem, obwohl ich mich niemals bewegen musste. Ja. Ach so, oh, jetzt wird schwingen. Ja, das wüsste ich aber. Oh, es hat funktioniert! Nice! Another! 100%! Wahoo! So, ich haue mal. Ja, geht aber echt klar. Ist ganz in Ordnung. 5, 4! Nice! Oh, ich freue mich echt auf jeden Level, ey. Oh, wie cool! Unter der Erde! Monty Maulwürfe! Seid ihr Monty's? Ja, ihr seid Monty's, glaube ich. Oh, die machen so riesige Augen, wenn man auf die draus springt. Aha! Da kann man in die Löschskis rein. Da ist mit Sicherheit irgendwo eine Starcoin versteckt, in einem der Maulwürfelöcher. Wette machen? Das bietet sich total an. Vor allen Dingen etwas verwirrend strukturiert hier. So. Aha! Starcoin Nummer 1? Okay, 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 okay. Huuuuh! Müssen wir immer hier oben und unten alles absuchen? Ah, da ist die nächste. Ja, so viel zum Thema absuchen. Da muss ich doch nicht so viel suchen. Nein! Ach, nein! Nee, dich nehme ich nicht. Ich will keine Feuerblume. Kaputt jetzt! Jo, dann gehen wir unten auch noch lang. Dass wir hier irgendwas vergessen haben oder so. Ah, da geht's nämlich zum Beispiel noch nach links weiter. Ach ja, klar. Jetzt muss ich mich hier natürlich treffen müssen. Ja, dann kann ich auch, dann kann ich auch die Feuerblume nehmen. Ja, oder auch nicht. Jetzt habe ich denn noch ein Inventar. Ah! Ja, das ist vielleicht doch okay. In dem Fall. Nein! Ach, was ist denn hier los, ey? Ja, toll. Jetzt bin ich ohne Waffe da. So, kommen wir zu noch einer Starcoin? Nein! Das ist eine Abkürzung nach hier vorne. Okay. Hauptsache, wir achten wirklich drauf, dass wir hier nichts verpassen. Na, schau an, Feuerblume. Da hast du so lange auf mich gewartet. Jetzt wurde es auch eingesammelt. Ah, Münzen! Ich glaube, da war sogar ein kleines M. Also, ich glaube, die Münzen haben so ein kleines M geformt. Meine ich jedenfalls gesehen zu haben. Hieronymus! Das sind auf jeden Fall Fake-Röhren. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das sieht man. Die Frage ist, geht es jetzt hier weiter? Oder war das jetzt ein Bonus-Bereich? Ach, ich gehe erstmal in die Röhre rein. Ich habe halt keinen Plan, ob es da weitergeht oder nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es nur ein Bonus-Bereich ist, dass man dann auch irgendwie Münzen bekommt oder so. Ja, so viel dazu. Ah, aber keine Star-Coin. Ne. Ah! Ah, eine Feuerblume! Ah, da soll ich jetzt aber auch nicht schneiden. Tja. Ja, wo könnte denn dann noch... Wo könnte denn dann noch ein Star-Coin sein? Die muss dann in dem nächsten Gang sein, denke ich mal. Also in dem hier außerhalb der Röhre. Genau, hier vorne geht es ja noch weiter. Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch eine versteckt. Ah, schau mal. Einer an, da vorne ist sie. Nur noch gucken, wie wir da hinkommen. Nein! Ach, Mann! Diese blöden Maulbefehl. Vorhin noch drüber gefreut und gesagt, wie niedlich die sind. Und schon hasse ich sie. Ah, okay. Da können wir aber hinkrabbeln, definitiv. Ja. Nice! The last coin! Okay. Ja, 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 doch. Also das ist dann durchaus nicht so schlimm gewesen hier. Sieht so süß! Also irgendwie sind sie schon niedlich. Was ist eigentlich mit dem hier? Hey, du bist weg! Aha! So, muss ich jetzt hier die richtige Röhre raten, oder was? Bleibt noch die hier übrig? Und es war die richtige! Na, schau mal einer an. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ja, versuchen wir mal an die Spitze zu kommen. Und es hat funktioniert! 100% im Maulwurf-Level. Und ja, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann aber auch den Part. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So, das würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem Pilzhaus offensichtlich. Also, macht's gut, euer Huxel, ciao!